Oh mein Gott, Leute. Ja, man. Es ist, es ist ein... Ich muss mich kurz beruhigen. Bro, heute ist Unboxing mit Monet19.2. Das ganze Ding heißt Four Seasons. Pst, seid nicht so laut. Krass, ne? Meine Box. Four Seasons. Ich werde nun mit euch dieses schöne Ding auspacken. Ja, man. Erster Schritt, die Box vorsichtig öffnen. Schritt Nummer 2. Den Boxinhalt checken. Bro, meinst du nicht, das war ein bisschen zu matt? Nee. Das ist, meine lieben Freunde, die Kette. Hier hatten wir einmal die Soldatenkette mit 19.2 drauf. Die wurde dem Schweizer Militär so nachempfunden. Die Gravur, die ihr hier seht, mit diesen kleinen Punkten, die wurde eigentlich so gemacht, 1 zu 1, wie bei mir, auf meiner 1-2-Out-Kette. Auf jeden Fall mega Favorite von mir in der Box. Hier haben wir auch die Gravur von Sick Baby Member und Till I Die mit Four Seasons, Monet19.2. Als nächstes hätten wir hier den Four Seasons Patch mit den vier Emotionen wie auf dem Albumcover. Das ist so was, das hat euch eure Mom auf die Hose drauf gebügelt, wenn ihr da irgendwo ein Loch hattet. Also somit könnt ihr selbst entscheiden, wie und wo ihr das Ding haben wollt. Mit diesem Patch imponiert ihr euren Freunden zu 100%. Wow. Boxinhalt Nummer 3. Der Four Seasons Kalender. Damit ihr auch das ganze Jahr meine dumme Fresse sehen könnt. Super, ne? Wie zum Beispiel haben wir den August, ne? Wieder mit einem super Kalenderspruch. Sie sagt, sie glaubt an nichts. I give her something to believe. Ja, Englisch hatten wir auch seit der dritten Klasse, Junge. Äh, was kommt nach der 3? Ist nicht schlimm, Luca. Hier kommt die Nummer 4. Das langersehnte Monet Four Seasons Filmplakat. Bist du das? Meine lieben Damen und Herren, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch das Unboxing zu machen. Eine CD gibt es dieses Jahr keine. Nur ein kleiner Scherz am Rande. Das ist die CD. Das ist das gutes Stück. Hier gucken wir mal kurz rein. Monet Four Seasons für euch. Viel Spaß, Leute. Hier gucken wir mal kurz. Hier gucken wir mal kurz. und dann gucken wir mal kurz. Musik